Musik 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 ... Musik Musik Sicherlich keine Schande. Etwas schmunzeln. Wenn man das schafft, dann hat man eben gute Karten. Und deswegen führt er eben auch 7 zu 3 in Satz 2. Jetzt 8 zu 3. 11 zu 3. Hier in Bremen 2 zu 0. Aufschlag Jorgic. Wir halten hier jetzt gerade mit dem Inside-Out-Flip mit der Rückhand. 1 zu 1 unentschieden. Erstmal wieder herstellen würde. Was packt er jetzt noch für ein Service aus? Mit dem Rücken zur Wand. Wieder eine lange Rallye. Besseres Ende für Jorgic. Der sich hier verdient. Dieses Spiel holt mit 3 zu 0. Es steht also 1 zu 1.